Meine Damen und Herren, ich habe in der letzten Zeit Ihre Geduld, glaube ich, ziemlich auf die Probe gestellt mit vielerlei Komponenten und Indizes und Co- und Kontra-Varianten und transformiert und nicht transformiert. Jetzt wollen wir einerseits das Ganze irgendwie zusammenfassen, sodass Sie den vollen Durchblick haben und dann machen wir auch ein kleines Beispiel dazu mit Zahlen, sodass man auch sieht, dass das Ganze auch lebt sozusagen, nicht nur irgendwelche vielfach indizierten Größen, die eh keiner brauchen kann, sondern Größen, die dann auch Werte haben und etwas darstellen sozusagen. Denn das soll es ja letzten Endes sein, darum geht es ja bei dem Ganzen. Wir wollen ja letzten Endes das alles immer im Auge behalten, dass das eine Anwendung auf die Physik hat. Das soll nie verloren gehen bei dem Ganzen. Also, wir hatten einen Vektor in verschiedener Form aufgeschrieben, zum Beispiel als A oben I G unten I Pfeil oder als A unten I G oben I Pfeil. Die G unten I Pfeil sind Kovariante Basisvektoren, die G oben I Pfeil sind die zugehörigen Kontra-Varianten-Basisvektoren. Die Komponenten dieses Vektors, die sich auf diese Kovarianten-Basisvektoren beziehen, nannten wir Kontra-Variante-Komponenten, ohne zunächst zu erklären, warum das so ist. Andererseits, die Komponenten dieses selben Vektors in Bezug auf die zugehörigen Kontra-Varianten-Basisvektoren, die nannten wir wieder Kovariante-Komponenten, auch ohne zu erklären, warum das so ist. Aber in der Zwischenzeit haben wir etwas Wichtiges gesehen. Wenn man nämlich, und das ist eben das Entscheidende bei der Tensorrechnung, wenn man transformiert von einem Basisvektorsystem auf irgendein anderes Basisvektorsystem, was oft in der Praxis notwendig ist, wenn man sich bei irgendeiner konkreten Aufgabenstellung möglichst gut an diese Aufgabenstellung anpassen möchte, dann wählt man ein besonders gut geeignetes Basisvektorsystem, das irgendwie verankert ist in dem Problem, um das es geht. Um dorthin transformieren zu können, muss man wissen, wie das geht. Also, wenn ich eine Transformation durchführe, dann ändern sich die Basisvektoren, aber es ändern sich dann natürlich auch die zugehörigen entsprechenden Komponenten. Es geht ja immer um den gleichen Vektor, aber ob ich den jetzt in einem solchen Basisvektorsystem oder in einem anderen darstelle, da ändern sich die Basisvektoren, aber es ändern sich natürlich auch die Komponenten, sodass der Vektor als solcher gleich bleibt. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt hier noch einmal sozusagen als Resümee vorführen für diese spezielle Beziehung, wo es also heißt, der Vektor Abfeil, irgendein Vektor, Kraftvektor, Geschwindigkeitsvektor, was Sie wollen, Impulsvektor, lässt sich darstellen als kontravariante Komponenten multipliziert mit den kovarianten Basisvektoren. Was wir nämlich gesehen haben in der letzten Stunde, wo wir über die Transformationen gesprochen haben, ist was ganz Entscheidendes, nämlich, dass die kontravarianten Komponenten und die kontravarianten Basisvektoren sich gleichartig transformieren und andererseits auch die kovarianten Komponenten und die kovarianten Basisvektoren sich gleichartig transformieren, aber anders, und zwar lustigerweise sogar gerade umgekehrt. Also eine kovariante Größe, wie zum Beispiel ein kovarianter Basisvektor oder eine kovariante Komponente, transformiert sich mit einer Transformationsmatrix, die wir mit A unten quer je bezeichnet haben. Und dann zeigt sich aber, das habe ich Ihnen vorgerechnet, das ist ganz einfach, dass eine kontravariante Größe, Komponente oder ein kontravarianter Basisvektor sich dann mit einer Transformationsmatrix A oben quer je transformiert, derart, dass diese beiden Matrizen A unten quer je und A oben quer je zueinander immer invers sind. Das heißt, wenn das eine ein kovarianter Basisvektor ist, dann wird der andere sich verkehrt transformieren und daher kontravariant sein, variieren bei Transformationen. Da kommt dieses Wort Variant her. Jetzt sehen Sie, woher das kommt. Und andererseits genauso bei den Komponenten, eine kovariante Komponente transformiert sich halt in einer Weise, kovariant, aber die kontravariante Komponente dazu, die transformiert sich dann mit einer Transformationsmatrix, die invers ist, zu der, mit der sich das transformiert. Daher ist das wieder kontra zu der anderen Transformation. Das ist kovariant, das ist kontravariant. Und das kann ich Ihnen jetzt noch besonders anschaulich bei dem Vektor A vorführen. Und ich glaube, dann sollten Sie diese Sache wirklich gut verstehen. Und für den Rest Ihres Physikerlebens wissen, warum die Leute immer von Kovarianten und Kontravarianten Größen sprechen. Das liegt an der Art, wie diese Größen sich transformieren. Also, insbesondere, wenn man diese Beziehung da anschaut, dass ein bestimmter Vektor A, irgendein in der Physik wichtiger Vektor halt, so dargestellt werden kann, als Multiplikation von diesen kontravarianten Komponenten mit der kovarianten Vektorbasis. A1, G1-Pfeil plus A2, G2-Pfeil plus A3, G3-Pfeil. Das haben wir schon vor vielen Wochen aufgeschrieben. Aber ohne noch inneres Verständnis. Das wird jetzt nachgeliefert, sozusagen. Weil wir können jetzt sowohl die Komponenten als auch die Basisvektoren transformieren. Wir gehen also von dem G1-Pfeil zu dem G1-Pfeil quer über. Und wir wissen, nachdem das eine Kovariantegröße ist, transformiert sie sich mit diesen Transformationsmatrizen, die wir halt mit A unten quer, weil das ist unten quer und der Index steht unten, damit das halt irgendwie zusammenpasst. A unten quer. Ja, IJ-Mal-G-J-Pfeil. Sie schauen eh drauf, wohin ich die Indizes setze. Das ist also jetzt schon recht wichtig. Denken Sie daran, da haben wir diese Aufzugsschächte. Und dass das also, wenn man immer weiß, welches der erste und welches der zweite Index ist. Wenn man die einfach übereinander stellt, dann verlieren sie diese Eigenschaft, dass einer der erste, die wissen dann nicht mehr, welcher der erste und welcher der zweite ist. Das heißt, es kommt sowohl darauf an, welcher zuerst und welcher nachher kommt, und welcher unten und welcher oben steht. Ja, es ist ein bisschen eine Kurzschrift halt, aber da muss man halt ein bisschen genau sein. Aber anders gewöhnt man sich sehr rasch. Und wenn Sie dann einmal so etwas sehen, wo vielleicht zwei Indizes übereinander stehen, das fällt Ihnen sofort in die Augen. Ach, das muss falsch sein. So kann es nicht sein. Naja, also das ist das Gi-Pfeil. Das variiert Kovariant mit dieser Matrix da hier. Ich randle das jetzt da hier so ein eben, damit Sie da so den Blick kriegen. Das hängt zusammen. Und jetzt andererseits, das andere ist, wie das Ai sich transformiert. Machen wir ein Ai quer draus. Das ist jetzt mit einem Index oben eine Kontravariantegröße. Daher transformiert sich das mit der Matrix A oben quer. Und da schreiben wir jetzt K, I, A, K. Das I steht da oben und über K wird summiert. Und wieder ist das diese Transformationsmatrix. Wir machen das stets so bei diesen Transformationsmatrixen. Das ist so am günstigsten, dass immer der erste Index und der zweite Index, der erste der untere und der zweite der obere Index ist. Wenn Sie sich aufraffen, auch im Sommersemester dabei zu bleiben, dann werden Sie sehen, wie das dann wieder sich sehr schön einfügt in ein wieder größeres Konzept. Sie denken sich jetzt vielleicht, warum erzählt er uns das nicht alles gleich von Anfang an und fertig? Aber das geht nicht so gut. Also es zeigt sich, dass man das besser in Schritten kennenlernt. Und jetzt sind wir einmal in der einfachen Welt, wo alle Koordinaten geradlinig sind und die Basisvektoren, wo man sich so schön aufzeichnen kann, die ändern sich zunächst nicht. Das wird nur anders. Wir sprechen dann im Sommersemester über krummlinige Koordinaten. Über Kugelkoordinaten, Zylinderkoordinaten und so weiter. Da muss man dann wieder auf ein paar andere Sachen aufpassen. Und dann gewinnt das eine neue Bedeutung. Bitte. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Sie haben aufgepasst. Dankeschön. Ja, ja, natürlich. Daher wird ja aus einem untransformierten Basisvektor ein transformierter. Und da wird aus einer untransformierten Komponente eine transformierte Komponente. I und über K wird summiert. Ganz richtig. Das wäre uns jetzt gleich schräglich aufgefallen, wenn man es nämlich jetzt einsetzt. Denn, jetzt können wir einfach dieses AI-GI-Pfeil umsetzen und probieren, was kommt heraus, wenn wir AI-Quer mal GI-Pfeil quer ausrechnen. Also, wir schauen einfach nach, was wäre jetzt, wenn wir das nicht in der ursprünglichen Vektorbasis, sondern in der transformierten Basis aufschreiben. AI-Quer statt AI und GI-Pfeil quer statt GI-Pfeil. Ja, da kommt es jetzt darauf an, was da alles rauskommt. Das ist jetzt quasi die Nagelprobe. Diese Komponente transformiert sich ja Kontravariant, daher der Strich da oben. Und der Basisvektor transformiert sich Kovariant, daher der Strich da unten. Und die beiden Matrizen sind zueinander invers. Über das haben wir ja schon gesprochen. Na, das machen wir jetzt einfach, wir setzen ein. Also, wir schreiben einfach ab. Da steht A oben quer KI AK und dann da hier A unten quer IJ GJ. Na, Sie wissen ja, das ist ja eine der sehr angenehmen Eigenschaften der Index-Schreibweise, dass man da also durchaus alle die Anordnung hier entsprechend umändern kann. Also, ich möchte das da nur andeuten mit solchen geschwungenen Klammern, dass Sie das dann in Ihren Unterlagen auch so sehen. Das entspricht also diesem A oben I quer und das entspricht dem G unten I quer. Und jetzt tun wir also da ein bisschen umrangieren und ziehen einmal diese beiden Transformationsmatrizen noch vor. A oben quer KI von da mal A unten quer IJ. Und was bleibt ist A oben K mal G unten IJ. Und damit haben wir es praktisch schon. Denn, schauen Sie mal, was wir hier jetzt haben. Wir haben ja gesagt, die beiden Matrizen sind zueinander invers. Jetzt wird da auch über die inneren Indizes summiert. Daher entspricht das einer Matrizenmultiplikation der beiden. Und indem sie invers sind, muss die Einheitsmatrix herauskommen. Das heißt, das, was da steht, ist Delta K J. Und was ergibt sich damit? Wir erhalten damit, Delta K J mal AK G J. Na, jetzt können wir uns das aussuchen. Wenn man mit dem Delta multipliziert und summiert über einen Index, das brauche ich jetzt, das frage ich Sie gar nicht mehr mehr ab, das wissen Sie eh, Austausch der Indizes. Nur wenn K gleich J ist, steht ja überhaupt was da. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier gleich austauschen, wird aus diesem AK ein AJ. Delta K J AK, da wird ja K summiert. Aber nur für K gleich J bleibt in der Summe was stehen und dann ist das ja 1. Das heißt, es bleibt AJ stehen. Und dann bleibt nur mehr mal GJ Pfeil. Und schauen Sie mal, wir sind fertig. Denn dieses AJGJ Pfeil, das ist dasselbe wie das AIGI Pfeil, ob ich über J von 1 bis 3 oder zur Dimensionszahl oder über I von 1 bis 3 multipliziere es dasselbe. In beiden Fällen steht A1 G1 Pfeil plus A2 G2 Pfeil plus A3 G3 Pfeil. Daher ist das gleich, so wie es da oben steht, A Pfeil. Und sehen Sie, das ist des Pudels Kern, hätte Goethe gesagt. Dass eben dadurch, dass die Komponenten sich Kontravariant transformieren und die Basis Kovariant, dass sich das dann so kombiniert, dass im Produkt gar keine Veränderung passiert. Das heißt, die vektorielle Größe A Pfeil ist dieselbe geblieben. Es haben sich die Basisvektoren verändert und es haben sich die Komponenten verändert. Aber in gegenläufiger Weise, die zugehörigen Transformationsmatrizen sind invers zueinander. Die einen sind eben Co und die andere Kontra dazu, invers. Und das ergibt dann, dass diese Größe, nachdem man also die Transformation ausgeübt hat, wieder auf das Gleiche führt. Das ist der Kernpunkt. Und das ist es auch, warum eben immer ein Oberer mit einem unteren Index da so miteinander aufsummiert wird. Weil immer dann sichergestellt ist, dass das eine sich Co und das andere Kontra transformiert, damit die ganze Größe sich gar nicht ändert. Die Komponenten des Vektors ändern sich sehr wohl, wenn man die Vektorbasis ändert, nicht aber der Vektor selbst. Das ist ja gerade das, was man physikalisch verlangt von den Größen, um die es geht. Deswegen sind ja diese Größen in der Anwendung für die Physik so außerordentlich wichtig, weil sie genau diese Eigenschaft aufweisen. Also jetzt sollten Sie schon von dem Puzzle ein bisschen was überblicken. Eben warum wir das mit Co und Kontravariant bezeichnen und warum wir das so kombinieren, dass immer was Co mit was Kontravariantem zusammenkommt, damit die Größe, die dadurch dargestellt wird, letzten Endes bleibt, was sie ist. Das ist der Grundgedanke. Ich möchte noch ein zweites, wichtiges Beispiel anschließen. Und zwar das Ihnen ja schon lang bekannte und von uns auch schon oft besprochene Skalarprodukt zweier Vektoren. Wenn wir also A-Skalar, warten Sie wieder, Schreibweise. Ja, ja. Wenn wir A-Skalar mit B bilden, dann erinnern Sie sich schon von viel früher, das war die Gelegenheit, wo wir den Metriktensor erstmals eingeführt hatten. Da kommt nämlich heraus, das ist G unten IJ, A-I, B-J. Und diese G-I-J, wie ich schon oft erwähnt habe, sind die Skalarprodukte der Basisvektoren untereinander. G-I-Pfeil, Skalar mit G-J-Pfeil ist die Komponente I-J des Metriktensors. Na ja, und jetzt schauen Sie einmal. Wenn Sie diese zwei zum Beispiel zusammenfassen, G-I-J-A-I, ja, was ist denn das, was da passiert? Da wird also über einen Index summiert und mit dem Kovariantenmetriktensor zieht man doch einen Index herunter. Also, was man da hier erhält, ist gleich, machen wir es ein bisschen weiter unten, G-I-J-A-I ist daher A unten G. Dieser Index wird heruntergezogen. Das hatten wir unmittelbar, nachdem ich definiert hatte, wie die zugehörige Kontra- und Kovariante Basis ausschaut, haben wir diese Zusammenhänge des Hinaufziehens und Hinunterziehens ja festgestellt. Und das haben wir uns jetzt schon, in unseren Unterlagen haben Sie sich sicher schon aufgeschrieben. Also, G-I-J-A-I, das ist ein A unten J. Mit Hilfe des Kovariantenmetriktensors zieht man den Index hinunter. Daher bleibt hier stehen, das ist A unten J, B oben J. Das schreibe ich gleich nochmal dazu, weil das so wichtig ist. A Skalar mit B lässt sich schreiben als A unten J, B oben J. Na, wenn Sie sich das anschauen, das schaut jetzt noch viel ähnlicher zu dem aus, was Sie aus der Schule kennen. Denn da steht A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Na, das kennt man eh schon aus der Schule. Der kleine Unterschied ist, dass da einmal der Index unten und einmal der Index oben steht. Das eine sind die Kovariantenkomponente des einen Vektors und die anderen die Kontra-Varianten des Zweiten. Sie hätten aber auch den hierher anwenden können, dann wäre der Index heruntergekommen. Und dann hätte das auch gelautet A oben I, B unten I. Diese Indizes können schnappen und es bleibt deswegen das Gleiche stehen. Aber A unten J und A oben J oder I ist schon im Allgemeinen was anderes. Aber diese Summe A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3 in der Weise ist dasselbe, dasselbe, wenn ich sage A1, B1 hier, A oben 2, B unten, 2 plus A oben 3, B unten, kommt das Gleiche heraus. Und Sie sehen hier wiederum, deswegen ist das jetzt hier ein wichtiges Beispiel, Sie haben hier was Kovariantes mit was Kontra-Variantem multipliziert und aufsummiert. Ganz ähnlich wie hier was Kontra-Variantes mit was Kovariantem. Da ist es eine Komponente und ein Basis-Vektor. Da sind es halt die Komponenten des einen und des anderen Vektors. Aber wieder ist es so, dass sich das Kovariant transformiert, das dagegen, dagegen Kontra-Variant. Mit der Matrix A unten quer IJ und das mit der Matrix H oben quer IJ. Und in identisch der gleichen Weise, das brauche ich jetzt nicht noch einmal hinschreiben, Das läuft völlig ähnlich. Man kann dann übergehen zu so einem A je quer mal B oben je quer nützt dieses Transformationsverhalten aus und kommt dann darauf, dass es wieder das Gleiche ist, wie wenn diese Querstriche nicht drüber sind. Also, zum Beispiel A K, B K. Also, eine derartige Größe ist invariant. Denn hier, beachten Sie, war ja noch ein Vektor. Da kann ich sagen, gut, der Vektor, meinetwegen der Schwerkraft-Vektor, zeigt nach unten, zeigt weiter nach unten. Aber wenn ein anderes Basis-Vektor-System ist, dann ändern sich halt seine Komponenten. Nur der ganze Vektor zeigt weiterhin unten. Hier hingegen, dieses Skalarprodukt, das ist ja ein Skalar, also eine Zahl. Deswegen heißt es ja Skalarprodukt, nur eine Zahl. Und in dem Fall, weil sich das in diese Form bringen lässt, sehen Sie hier auch sofort, diese Zahl, das ist die Zahl und das ist die Zahl. Die ist gleich. Das heißt, das Skalarprodukt ist invariant. Und das ist auch etwas, was völlig mit der physikalischen Anschauung zusammenpasst. Denn Sie werden gleich anschließend in dem Beispiel, das ich Ihnen versprochen habe, ein wichtiges Skalarprodukt sehen, nämlich die Arbeit ist Skalarprodukt von Kraft mal Wegstrecke, also Verschiebungsvektor. Und naja, wenn die Arbeit nicht invariant wäre unter Koordinatentransformationen, dann könnte irgendein Schlauberger daherkommen und irgendeine Koordinatentransformation durchführen und dann hat er fast nichts mehr zu tun, fast keine Arbeit mehr. Aber die Arbeit ändert sich nicht. Wenn man also irgendein Ding um ein gewisses Stück heben möchte, dann ist dafür eine Arbeit erforderlich und die bleibt die gleiche, ob Sie jetzt in einem oder irgendeinem anderen Basisvektorsystem darstellen, sonst wäre das Ganze auch physikalisch nicht sinnvoll. Also Sie sehen in dem Fall, dass diese Größe hier sogar invariant ist. Nicht Kovariant, nicht Kontravariant, sondern Invariant. Die ändert sich gar nicht. Während bei einem Vektor sagt man nicht, dass er invariant ist. Weil das würde irgendwie nahelegen, dass seine Komponenten invariant sind. Das sind sie aber nicht. Wenn Sie die Basisvektoren ändern, ändern sich im Allgemeinen auch die Komponenten des Vektors, obwohl der Vektor als solcher der gleiche bleibt. Abfeil und wieder Abfeil. Ich möchte es nochmal speziell einringeln, um zu zeigen, worum es uns da jetzt gegangen ist. So, also das wollte ich noch hinzufügen, um das Ganze irgendwie übersichtlich zu machen. Frag Sie jetzt in aller Deutlichkeit, ist da jetzt was für Sie unklar geblieben? War die Sache unverständlich? Wem ist diese Geschichte mit K und Kontravariant immer noch irgendwie schleierhaft? Und dass man das überhaupt so macht, wer braucht das? Also, ich interpretiere ein Schweigen nicht als totales Unverständnis, sondern dass Sie es also einigermaßen überblicken. Da bin ich sehr beruhigt, weil glauben Sie mir, viele Leute brauchen sehr lang in ihrem Studium und in ihrer Arbeit, bis sie diese Dinge wirklich so klar verstehen, obwohl sie so einfach sind. Den Zugang möchte ich Ihnen eben geben. Ein Übersichtsschema kommt jetzt noch. Und wenn Ihnen das alles jetzt schon langweilig vorkommt, weil Sie ja sowieso schon längst alles verstanden haben, dann tut es mir leid. Aber manchmal kann man genüsslich was anschauen, wenn man sich denkt, ja, habe ich eh schon gewusst, aber es schaut ganz gut aus. Also, das wollen wir uns halt jetzt noch einmal so aufzeichnen, was wir denn da jetzt so kennengelernt haben. Wenn wir zum Beispiel eben einen Vektor betrachten. Der hat Kovariante und Kontravariante Komponenten, wie ich hier aufgeschrieben habe. Aber er hat auch nicht transformierte und transformierte Komponenten. Und das hängt jetzt in einer ziemlich einfach übersichtlichen Weise zusammen. Gehen wir einmal davon aus, wir haben hier die Kovariantengrößen. Das können Kovariante Komponenten eines Vektors oder aber auch Kovariante Basisvektoren sein. Naja, und dann gibt es andererseits die dazu zugehörigen Kontravarianten. Komponenten eines Vektors oder Basisvektoren. Komponenten eines Vektors oder Basisvektoren. Sowohl die Basisvektoren transformieren sich in einer gewissen Weise wie auch die Komponenten. Und die hängen auch miteinander zusammen mit dieser Geschichte, mit dem Hinauf- und Hinunterziehen des Indizes oder der Indizes mit Hilfe des Metric-Tensors. Also, man kann hinaufziehen von Kovariant zu Kontravariant, aber man kann auch herunterziehen. und das tun wir jeweils mit dem Kontravarianten oder Kovarianten Metric-Tensor. Hinunterziehen zum Beispiel mit dem Kovarianten und Kontra zu herunter mit dem Kovarianten Metric-Tensor Geh- und I-J hinunterziehen. Hinunterziehen aber auch da sind wir hinaufziehen von Kovariant zu Kontravariant mit Hilfe des Kontravarianten Metric-Tensors hinaufziehen. Das entspricht diesen Pfeilen. Und wie das geht, diese Formel, dass er zum Beispiel G unten I-J mal A oben I dann ein A unten I, das hatten wir alles schon längst aufgeschrieben. Wie also mit Hilfe dieses Metric-Tensors hinauf- und hinuntergezogen werden kann. Der Zusammenhang zwischen den Basisvektoren das hatten wir vom Anfang so festgelegt, dass G unten I-Pfeil mal G oben I-Pfeil gleich dem Kroniker-Delta war. So hatten wir die ursprünglich festgelegt. Wenn wir eine Kovariante Basis hatten, dann ist die Kontravariante Basis so beschaffen, dass diese Relationen alle erfüllt sein müssen. Das haben wir schon durchgeixt, das führt dann zu diesem hinauf- und hinunterziehen. Nun, das alles betrifft jetzt einmal eine Vektorbasis. Und wichtig ist, dass man da vielleicht gleich dazu schreibt, das schreibe ich einmal gleich da unten her, dass die Matrix der G unten I-J und die Matrix der G unten I-J das üfeinander invers sind. Da ist es noch keine Transformation durchgeführt. Das alles ist in einem bestimmten Basisvektorsystem und im zugehörigen Kontravarianten, die so zusammenhängen und hinauf- und hinuntergezogen werden, die Indizes mit Hilfe der entsprechenden Kovarianten oder Kontravarianten Komponenten des Metrik-Tensors. Jetzt aber, und darum geht es bei dieser ganzen Tensoreigenschaft, jetzt wollen wir transformieren auf eine transformierte Kovariante Basis oder Kovariante Komponente. Kovariant quer. Diese Transformation Kovarianter Größen erfolgt mit Hilfe dieser Matrix, der Matrizen A unten quer I-J. Die A unten quer I-J vermitteln diese Transformation von den Kovarianten ursprünglichen zu den transformierten Kovarianten Größen. Ob das jetzt Basisvektoren oder Komponenten eines Vektors ist. Gleich, die transformieren sich völlig analog. Naja, und da gibt es natürlich jetzt andererseits von hier wieder die Transformation der Kontravarianten Größen zu Kontravariant. Quer, also transformiert. Und das wird wieder Kontravariante Größen mit dem A oben quer I-J bewerkstelligt. Der Matrix A oben quer I-J. Und da zeigt sich wieder, dass die Matrix der A unten quer I-J und die Matrix der A oben quer I-J wiederum invers zueinander sind. Was da alles invers ist dabei? Dadurch wird das alles viel übersichtlicher. Eben weil das eine die Co-Variante Transformation ist und die andere dazu Kontravariante. Daher müssen die beiden invers zueinander das ist transformiert wieder her. Und jetzt natürlich müssen die jetzt, das ist ja auch eine vollberechtigte Vektorbasis, wenn man das da herunter transformiert, die ist um nichts schlechter als die vorhergehende. Das heißt auch da kann man wieder entsprechend hinaufziehen von Co- auf Contra oder wieder entsprechend herunterziehen. Da schreibe ich jetzt nur mehr hin, hinaufziehen mit Hilfe des Metric Tensors G I W aber jetzt quer der muss sich jetzt auch auf die neue transformierte Vektorbasis beziehen. Sie sehen an der Stelle jetzt erstmals, dass sich der auch ändern muss. Denn noch einmal betone ich, der Metric Tenser hat Komponenten, das sind die Skalarprodukte der Basisvektoren untereinander. Wenn ich jetzt mit einer Transformation von irgendwelchen Basisvektoren G I Pfeil auf transformierte Basisvektoren G I Pfeil quer übergehe, wie zum Beispiel hier von G I Pfeil auf G I Pfeil quer und ich mache jetzt mit der transformierten Basis wieder die Komponenten des Metric Tensors, dann muss ich ja jetzt die Basisvektoren dieser neuen, die Skalarprodukte dieser neuen transformierten Basisvektoren bilden und die sind im Allgemeinen unterschiedlich daher verwendet man eben die G oben I quer jetzt zum hinaufziehen von Q auf Kontra Variant im Fall der transformierten und andererseits die G unten I quer zum Herunterziehen von Kontra Variant die darauf Q Variant aber man braucht dazu unterschiedliche Metriktensoren nämlich die transformierten und es zeigt sich natürlich hier in völlig gleichartiger Weise das ist ja völlig analog zu dem im Fall der nicht transformierten dass auch die G unten I je quer und die G oben I je quer wiederum inverse zueinander sind in völlig gleichartiger Weise weil ja die Basen wenn sie transformiert sind alles gleich berechtigt ist wie im Fall der untransformierten Basis so sind die also wieder inverse und es ist auch wieder der Zusammenhang dass die G und die G I unten I quer skalar mit den G oben je quer wieder gleich dem Chroniker Delta sein müssen da schreibe ich nicht Delta I je quer weil das Chroniker Delta wo nur lauter Einser sind in der Hauptdiagonale und sonst Null das ist immer so das bleibt was es ist und das ist also der Zusammenhang eben zwischen den entsprechenden Kovarianten und Kontravarianten Basisvektoren im transformierten System so wie oben ist der Zusammenhang dass das eben gleich dem Chroniker Delta ist und ganz wichtig dass also diese Metriktensoren im nicht transformierten und transformierten System natürlich unterschiedlich sind aber in einem System sind die G unten I je und die oben I zueinander invers und natürlich im anderen System sind die G unten I quer und G oben I quer wieder invers zueinander und die Transformation wird eben bewirkt durch diese Transformations Matrizen wobei das also die Co-Seite und das diese Kontra-Seite ist deswegen sind das diese A unten quer I je die das hier bewirken und die dazu inversen Kontratransformations Koeffizienten Transformations Matrizen für die Kontra-Varianten Größen dieses Bild zeigt Ihnen die gesamte Spielbreite dessen was wir da jetzt gesehen haben der Kernpunkt ist es gibt Co- und Kontra-Variante Größen die so kombiniert werden dass dann so eine Kombination wie AIGIP Pfeil letztlich etwas Unverändertes ergeben den gleichen Vektor beziehungsweise hier den gleichen Skalar es kommt wieder das ungeänderte A Skalar B heraus in dem Fall das ist der Sinn dieser Darstellung also ich hoffe sehr dass ich es jetzt nicht am Ende gar damit jetzt noch einmal verwirrt habe aber andererseits ich glaube eine solche Übersicht kann nicht schaden und jetzt jetzt kommt ein Beispiel wieder ein ganz einfaches Beispiel also rechentechnisch überhaupt kein Problem zeigt Ihnen aber hoffentlich wie die Sache also zu verstehen ist wir betrachten einen Massenpunkt oder ein Teilchen auf einer schiefen Ebene eine Grundaufgabe die man bereits natürlich nehme ich an in der Mittelschule kennengelernt hat naja und wir wollen also diese schiefe Ebene damit es ganz einfach ist unter 45 Grad anordnen das ist die schiefe Ebene und wir legen jetzt einmal die Basisvektoren so hinein wie man sie sich vielleicht vorstellen würde mit G1 Pfeil und G2 Pfeil das sind zwei kovariante Basisvektoren und wir wollen die also aufeinander senkrecht haben und sie sollen auch die Länge 1 haben also G1 Pfeil ist gleich E1 Pfeil G2 Pfeil ist gleich E2 Pfeil mit E hatten wir die Basisvektoren einer orthonormierten Basis bezeichnet in dem zweidimensionalen Beispiel ist das eine derartige Basis mit zwei Basisvektoren die aufeinander senkrecht stehen und beide die Länge 1 haben naja daraus ergibt sich natürlich sofort der Metrik Tensor G1 mal G1 ist 1 G2 mal G2 ist 1 und G1 mal G2 und G2 mal G1 weil die senkrecht aufeinander stehen ist 0 na wie sich für eine orthonormierte Vektor Basis gehört der zugehörige Metrik Tensor ist die Einheitsmatrix so ist das nun bei einer orthonormierten Vektor Basis naja und wir wollen jetzt außerdem noch damit die Geschichte irgendwie auch was physikalisches bringt wir wollen jetzt da an dieser Stelle einen Massenpunkt betrachten und der soll also um einen Verschiebungsvektor S da herauf verschoben werden zweimal diese Distanz das ist der Verschiebungsvektor S die Verschiebungsstrecke und andererseits wirkt auf ihn die Schwerkraft die geht natürlich nach unten und da sagen wir das ist zweimal so lang wie das geht da runter und die schreibe ich jetzt einmal mit K Pfeil an also es wirkt ständig auf diesen Massenpunkt diese Schwerkraft der Schwerkraft Vektor und er wird da längst dieses Verschiebungsvektor da so herauf verschoben und worum es letzten Endes geht wir wollen uns also die Arbeit ausrechnen das ist wirklich nicht sonderlich schwer denn diese Arbeit ist einfach das Skalarprodukt von Kraft Vektor mit Vektor der Verschiebungsstrecke also die Arbeit kann dann als K Pfeil mal S Pfeil beschrieben werden die Arbeit A ist K Pfeil Skalar multipliziert mit S Pfeil diese Skalar Multiplikation bedeutet dann dass nicht einfach die Beträge dieser beiden miteinander multipliziert werden sondern dass der Betrag des einen mit der Normal Projektion des zweiten auf den ersten multipliziert wird so wie wir das ganz am Anfang dieser Vorlesung schon erklärt hatten das Skalar Produkt zwei Vektoren ist Länge des einen Vektors mal Länge der Normal Projektion des zweiten auf den ersten das brauche ich jetzt nicht noch näher erörtern ich ziehe nur diese verschiedenen Dinge wieder heraus um sie ihnen in ihrer Erinnerung wieder präsent zu machen daher dieser Ausdruck für die Arbeit die verrichtet wird wenn dieser Massenpunkt sich da hinauf bewegt gegen die Wirkung dieses Schwerkraft Vektors das kann man natürlich sehr leicht konkret ausrechnen der Schwerkraft Vektor der hat Komponenten jetzt in Bezug auf diese Basis wir machen das alles jetzt einmal in Bezug auf diese Basis die 1 Komponente ist 0 in der Richtung hat er keine Komponente und die 2 Komponente ist minus 2 also dieser Schwerkraft Vektor hat die Komponenten K K K I gleich K oben 1 ist 0 K oben 2 ist minus 2 ist auch oben weil ich beschreibe diese Basisvektoren G1 G2 als als Kovariante Basisvektoren und da müssen ja dann die zugehörigen Komponenten Kontravariant sein das haben wir jetzt schon genau überlegt wieso das so sein muss also dieser Vektor K Pfeil ist ein K I G I so wie man es immer macht bei den Vektoren hat daher diese Komponenten andererseits der Verschiebungsvektor S oben I dann schauen wir uns den an der ist da zweimal diese Diagonale das heißt es geht da weiter und da auch und da herauf das heißt der hat die 1 Komponente 2 2G1 plus 2G2 der hat also die Komponenten 2 und 2 ich glaube das kann man ich hoffe dass man das da gut ablesen kann gibt es bei irgendwer ein Verständnis Problem man kann das noch ein bisschen ausführlicher aufschreiben aber ich glaube man sieht schon das K Pfeil ist 0 mal G1 minus 2 mal G2 und das S ist 2 mal G1 plus 2 mal G2 der hat das 0 und minus 2 und das hat 2 und 2 und nachdem das Kovariante Basisvektoren sind müssen das Kontravariante Komponenten sein ja na gut wenn man das hat dann kann man natürlich jetzt wir haben alles was wir brauchen die Arbeit aufschreiben die Arbeit A also das A das ist jetzt ein Skalar kein Vektor die Arbeit die Arbeit ein Skalar so wie auch die Energie ein Skalar ist ist also F Pfeil Skalar mit S Pfeil naja und das kann man natürlich sehr schön ausrechnen das ist G unten I J F I S J so haben wir das Skalar Produkt aufgeschrieben da habe ich es gerade wieder einmal aufgeschrieben gehabt nicht wahr die G unten I J haben wir das ist die Einheitsmatrix und F I und K jetzt bin ich wieder auf F das ist halt jetzt habe ich da wieder einmal K verkauft gesagt das dürfen wir ja auch also K I und S da muss ich da auch entschuldigen sie ein Bezeichnungschaos also K mal S K mal S G I J K I S J und da haben wir jetzt alles die G I J sind 1 0 0 1 und die KI und S J haben wir da stehen das ist eine Doppelsumme aber das ist ja leicht aufzusummieren denn nur für I gleich J steht da was G 1 1 ist 1 G 2 2 ist 1 alle anderen sind 0 also haben wir einmal für 1 1 mal K 1 mal S 1 K 1 mal S 1 ist mal 0 mal 2 das ist also schon mal 0 plus G 2 2 K 2 ist 2 G 2 2 ist 1 K 2 ist Minus 2 S 2 ist 2 und es kommt heraus das ist 0 Minus 2 mal 2 ist 4 so kommt es minus 4 so kommt heraus das ist gleich minus 4 naja und damit wäre das gestiegenes Beispiel ja eigentlich fertig aber wir wollen ja jetzt anhand dieses einfachen Beispiels auch den Vorgang einer Transformation der Basisvektoren anschauen wir wollen nämlich jetzt um uns an dieses Beispiel besser anpassen zu können wollen wir jetzt also das Basisvektorsystem neu legen also Transformation der Basisvektoren wir bleiben bei dem gleichen Beispiel wir bleiben bei dem gleichen physikalischen Vorgang die gleiche Schwerkraft die gleiche Verschiebungsstrecke die gleiche schiefe Ebene nur jetzt machen wir es so jetzt wird es 45 Grad wir legen die Basisvektoren neu wir legen sie jetzt so dass einer der meisten Basisvektoren in der schiefen Ebene drin liegt wo doch sowieso sich der Massenpunkt nur in der schiefen Ebene bewegen kann ist doch gleich gescheit aber man legt auch einen Basisvektor hinein in diese schiefe Ebene und das machen wir jetzt so da zeichne ich noch einmal die ursprünglichen Basisvektoren hinein G1 Pfeil und G2 und jetzt wählen wir neue Basisvektoren wir wählen den ersten Basisvektor so dass er in der schiefen Ebene liegt das soll jetzt der neue erste Basisvektor sein also G1 Pfeil quer und den zweiten den legen wir weiter auf das immer ganz gut ist wenn die Basisvektoren aufeinander senkrecht stehen das sollen sie weiter tun der steht senkrecht auf die schiefe Ebene damit es wieder einen rechten Winkel gibt den nenne ich G2 Pfeil quer das meine ich wenn ich sage ich passe meine Basisvektoren an das jeweils vorgegebene physikalische Problem an das Problem ist die Bewegung eines Massenpunktes in der schiefen Ebene und wenn ich die Koordinaten so lege dass eine Koordinate senkrecht auf die schiefe Ebene ist und alle anderen in dem Fall haben wir nur zwei aber wenn es dreidimensional wäre dann noch einer alle anderen liegen in der schiefen Ebene das hat einen großen Vorteil weil wenn ich das mache dann weiß ich sofort was ein richtiger Verschiebungsvektor ist und was nicht denn nur in der schiefen Ebene darf sich der Massenpunkt verschieben und das heißt das ist immer dann der Fall wenn diese Komponente die da wegschaut von der schiefen Ebene dass die gleich Null ist daran sieht man sofort ob es okay war also mit einer derartigen Vektorbasis kommt man da besser zurande naja und jetzt schreiben wir uns diese transformierten Basisvektoren einmal genauer auf da hatten wir doch die Transformation von solchen kovarianten Basisvektoren wir hatten g i pfeil quer kovariant i j g j pfeil das ist die übliche transformation steht auch dort oben ganz identisch in der in der zweiten pfeile gleich g i quer ist unten k j g j pfeil und das schreiben wir uns jetzt aber auch wirklich im detail auf denn jetzt machen wir es ja für ein konkretes beispiel es wissen wir noch gar nicht in dem jetzigen moment was diese Transformations matrix eigentlich ist die das bewerkstelligt um von den weißen auf die roten basis vektoren zu transformieren das wird ihnen jetzt vielleicht kompliziert vorkommen das werden schon sehen das ist total einfach schauen sie mal wir machen es jetzt einfach komponenten weise wenn es wirklich ans eingemachte geht sozusagen dann muss man es herunter brechen auf die komponenten denn das ist es ja was es spielt letzten endes wir machen zwar elegant so index gleichungen weil das übersichtlich schnell und klar ist aber wenn es dann wirklich darum geht was konkretes auszeichnen müssen sie sich das schon antun dass die ganzen einzelnen komponenten aufschreiben also schreiben wir einmal das g1 pfeil quer auf seht man i gleich 1 i gleich 1 über je wert summiert nur zweidimensional wir haben ja nur zwei basisvektoren deswegen mache ich ja so ein Beispiel dass man nicht zu viel herumrechnen müssen und sie hoffentlich trotzdem alles wesentliche sehen also i gleich 1 dann haben wir a unten quer 1 1 g 1 pfeil plus a unten quer 1 2 g 2 pfeil denn über das je wird ja da hier summiert ich dann immer wieder einringeln dass sie das ja sehen wie das alles zusammenhängt das sind die komponenten der transformationsmatrix naja und wie wollen wir es denn eigentlich haben wir wollen doch dass das g1 pfeil quer so wie ich es da gezeichnet habe gleich g1 plus g2 ist das soll also sein g1 pfeil plus g2 pfeil na schauen sie daraus wenn sie das vergleichen muss diese komponente der transformationsmatrix 1 sein und die auch 1 mal g1 plus 1 mal g2 in der mathematik nennt man sowas einen koeffizienten vergleich da stehen die komponenten da sind beide 1 also sieht man sofort was es ist aber das das tun wir jetzt gleich auf einmal dann jetzt machen wir das gleich für den zweiten basisvektor auch g2 pfeil quer da ist jetzt das i gleich 2 das haben wir daher gleich a unten quer 2 1 g1 pfeil plus a unten quer 2 2 g2 pfeil nun muss man wieder hinschauen das ist jetzt das konkrete beispiel das g2 pfeil quer sehen sie minus g1 plus g2 minus g1 pfeil plus g2 pfeil naja und damit glaube ich kann man sofort erkennen wie die transformationsmatrix ausschaut aber vielleicht schauen wir uns zuerst noch die komponenten naja es ist wurscht schauen führen wir das jetzt noch zurück auf die auf die orthonormierte basis die g1 waren ja auch e1 und g2 ist e2 das heißt wir können da auch schreiben das ist e1 plus e2 und das ist minus e1 plus e2 und wenn wir das haben können wir einmal zunächst noch im rahmen dieser rot eingezeichneten transformierten vector basis uns gleich den dazu zugehörigen metric tensor ausrechnen dieser metric tensor ergibt sich damit zu gij quer wohlgemerkt dort oben hatten wir gij das war die einheitsmatrix weil die dortige basis war ja die orthonormierte während die jetzt die stehen zwar senkrecht aufeinander aber sie haben nicht mehr die länge 1 bei unserem beispiel sondern der hat die länge wurzel 2 quadratdiagonale und der hat die länge wurzel 2 in diesem konkreten beispiel das heißt orthonormiert ist diese rot eingezeichnete basis nicht aus der zeichnung ich habe die vektoren so gewählt wie ich sie hier aufgezeichnet habe ich möchte dass der erste in der schiefen ebene liegt und ich möchte dass der zweite senkrecht draufsteht und ich mache das so indem ich in meinem beispiel den ersten einfach gleich g1 plus g2 wähle und den zweiten gleich minus g1 plus g2 so sieht man es ja hier und das habe ich hier einfach so verwendet dass der g1 quer gleich g1 plus g2 ist und der g2 quer ist minus g1 plus g2 und wenn ich das mit den allgemeinen beziehungen vergleiche sehe ich dann gleich was das für komponenten sind verstehen sie mich ja ja ok aber das machen wir in einem moment zuerst noch schauen wir uns jetzt hier diesen metric tensor für dieses rot eingezeichnete basisvektorsystem an der wird jetzt anders sein und das sieht man sofort weil die erste komponente ist g1 1 quer das ist g1 quer mal g1 quer das ist e1 plus e2 mal e1 plus e2 e1 ist 0 plus e2 e1 ist 0 plus e2 e2 ist 1 so haben wir 1 plus 1 und sonst lauter 0 das ist 2 haben sie mich verstanden? ich hätte es noch langsamer machen sollen? nein, oder? also dann langsamer e1 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 plus e1 e2 e1 plus e2 e2 e1 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 ist 1 e1 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 e e2, das ist e1 plus e2, mal minus e1 plus e2. e1 mal minus e1 ist minus 1, plus 0, plus 0, plus 1, e1 2, e2 ist 1, minus 1 plus 1 ist 0. Das wundert es uns auch gar nicht, weil der erste und der zweite Basisvektor, habe ich sogar schon eingezeichnet, steht ja wieder senkrecht aufeinander. Das sieht man hier ja schon geometrisch. Daher muss g1 mal g2 0 sein. Nur entsprechend natürlich umgekehrt auch. Nun g2 mal g2, da bleibt als letztes jetzt minus e1 plus e2 mal wieder minus e1 plus e2. E2 minus e1 mal minus e1 ist so viel wie plus e1 mal plus e1 ist 1. Dann die Gmischen sind alle 0 und dann kommt e2, e2 ist wieder 1, macht wieder 2. Und schauen Sie, das hätten wir eigentlich gleich können und noch viel einfacher. Wenn Sie sich daran erinnern, was wir gleich am Anfang gesagt haben, was sieht man dem so einem Metriktensor gleich an? In der Hauptdiagonale stehen die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Der g1 quer und der g2 quer als Quadratdiagonalen haben jeweils die Länge Wurzel aus 2. Das Quadrat von Wurzel aus 2 ist 2. Sowohl beim g1 Pfeil als auch beim g2 Pfeil. Und da stehen einfach die zwei Skalarprodukte von g1 quer mal g2 quer, nachdem die senkrecht sind, müssen es 0 sein. So einfach ist das. Sehen Sie das. Ich möchte, dass Sie das sehen. Das ist wirklich einfach. Und das sind auch Regeln, die man sich leicht merken kann. Und die auch wirklich praktisch sind. So, jetzt kommt einmal diese ganze Geschichte da wieder weg. Es wird die Tafel zwar nicht schöner damit, aber das ist es halt. So. Jetzt haben wir uns die zweite Basis, die g1 quer, jetzt verschafft auf die Art und Weise. Wir haben für die g1 den Metriktensor, das ist das 1,0,0,1. Und für die g1 quer haben wir es da, 2,0,0,2. Die zwei Metriktensoren. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir der Sache noch ablesen, was denn jetzt eigentlich die Transformationsmatrix ist. Und zwar das, was wir da jetzt einmal haben, ist die a unten quer. Warum? Weil wir transformieren hier kovariante Basisvektoren in neue kovariante Basisvektoren. Das heißt, was wir da jetzt einmal kriegen, ist die Matrix der g1 quer i je. Sie sehen schon, was ich da immer meine, wenn ich es einklammere. Die ganze Matrix, dort oben auch. Wenn ich also da die a, die ki einklammere, stehen alle k, k1, k2, si eingeklammert, alle si. Das eingeklammert bedeutet immer alle. Und das ist jetzt wieder so. Nun, und jetzt schauen wir einmal. Jetzt machen wir diesen vorhin schon erwähnten Koeffizientenvergleich. a unten quer 1,1 ist 1. 1,1 ist 1. a unten quer 1,2. 1,2 ist 1. a unten quer 2,1. 1 steht da. Und mehr 2,1 ist minus 1. Und a unten quer 2,2 ist wieder plus 1. So haben wir mit 1,1 und minus 1,1 die Transformationsmatrix. Und jetzt greifen wir zurück auf Kenntnisse aus der Algebra. Wir machen eine Inversion. Und das ergibt, ich sage jetzt nicht wie, das kennen Sie aus der Algebra. Und wenn Sie es nicht kennen, werden Sie es bald kennen. Das ist so eine Standardgeschichte. Das muss man können, wenn man in der Algebra. Haben Sie es nicht eh schon kennengelernt? Nein, das sehen Sie, das brauche ich nicht so groß überreden. Also, dann kriegen wir das a oben quer i je. Und wenn man das invertiert, kommt man drauf, das ist ein Halb minus ein Halb, ein Halb, ein Halb. Und Sie sind herzlich eingeladen, die beiden Matrizen miteinander auszumultiplizieren. Es wird die Einheitsmatrix herauskommen. Also stimmt das. Okay. Naja, jetzt wollen wir uns doch einmal mit Hilfe dieser Transformationsmatrizen... wiederum die Vektoren K-Pfeil und S-Pfeil jetzt in den neuen Komponenten anschauen. Da haben wir also K-i-quer, K-oben-i-quer, das sind ja Kontravariante-Komponenten jetzt. Die werden daher auch mit der Kontravarianten-Transformationsmatrix mit dem Strich oben, kontra, invertiert, entsprechend transformiert. Die K-i-quer sind daher a oben quer für Kontravariant, je i, je i, a, k, je. Untransformierte und transformierte Komponenten. Hier die Transformationsmatrix Strich oben für die Kontravariantengrößen. Na, das machen wir jetzt im Einzelnen. Da haben wir also K-quer oben 1. Das ist jetzt i gleich 1. a oben quer 1, 1, k, 1 plus a oben quer über je wird es mir 2, 1, k, 2. Und was kommt heraus? a oben quer 1, 1, 1 ist ein Halb. K oben 1, haben wir da oben, ist 0. Na ja, hätte man nicht vorher können. Plus, und jetzt haben wir a oben quer 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 ist ein Halb mal K2 und K oben 2 ist minus 2. Und es kommt heraus, 0 und da ein Halb mal minus 2 ist minus 1. Und jetzt rechnen wir uns das K oben quer 2 aus. Jetzt setzen wir das i gleich 2. Wir gehen jetzt wieder auf die einzelnen Komponenten. Haben wir also a oben quer über das Summieren. 1, 2, k, 1 plus a oben quer 2, 2, k, 2. Und was kommt heraus? A oben quer 1, 2 ist minus 1 Halb. Mal K oben 1. K oben 1 ist ja wieder 0. Plus, als letztes steht jetzt auch oben quer 2, 2, das ist 1 Halb. K oben 2, k oben 2 ist minus 2. Und was kommt heraus? 1 Halb mal minus 2 ist wieder minus 1. Wir kreisen also. Da wird das Resultat zusammenfassen. Und der Vektor K, die Komponenten K oben i quer, sind die erste ist minus 1, die zweite ist minus 1. Wie schaut das mit unserer Anschauung aus? Der Schwerkraftvektor, der war doch da so zwei Einheiten nach unten. Eine Einheit, eine zweite. Das war dieser Kraftvektor, K-Pfeil. Und da sehen Sie, ausgedrückt in dieser rot eingezeichneten, transformierten Basis, ist das minus G1 quer minus G2 quer. Daher ist es richtig mit minus 1, minus 1. Sehen Sie das? Es kommt doch schön heraus. Da haben wir es rein formal aus dem Transformationsverhalten gewonnen. Und nachher werden Sie sich denken, das hätten wir da gar nicht brauchen. Jetzt sehe ich da sofort, dass das... Aber ich wollte Ihnen es natürlich zeigen, wie man das mit Hilfe der Transformationsmatrix ausrechnen kann. Unter Verwendung dieser Kontratransformation mit der invertierten Transformationsmatrix. Und in gleicher Weise, jetzt brauche ich das für das S nicht auch noch zu machen, das S, I, die Querkomponenten. Na, was werden die sein? Ja. Ist A ungefähr je I derselbe wie A ungefähr je I? Nein. Sehen Sie, dass das nicht symmetrisch ist? Und wir haben es auch nie verwendet, dass das dasselbe ist. Also, naja, wir setzen hier oben bei A ungefähr je I. Auf der rechten Seite. Als wir Kontravarianten K. Wo meinen Sie es? Da oben? Genau. Da nutzen wir bei A ungefähr 1,1. Also, und A ungefähr 2,1. Und wir nutzen die selben Komponenten. Wenn Sie sich ganz genau anschauen, wenn wir I gleich eins setzen, dieser Einser steht hier und hier. Und über je wird summiert. 1,1, 2,2. Über den ersten Index wird da summiert. Über das K und der zweite Index ist hier 1 gesetzt. Entsprechend da der zweite Index 2 und über den ersten Index wird wieder summiert. Da haben wir nichts umgedreht. Das entspricht ganz genau dieser Transformationsregel. Sehen Sie das, oder sehen Sie es nicht? Das ist nur das hier sozusagen in die Tat umgesetzt. Ich möchte das einmal für I gleich eins aufschreiben und über je summieren und dann für I gleich zwei aufschreiben und wieder über je summieren. Wo wir die Inversion gebildet haben, haben wir es eben umgekehrt indiziert. Wo ist da? 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 Nach der Inversion steht A ungefähr unten je, oben je. Und für das K, also damit auf der rechten Seite steht A ungefähr unten je, oben je. Das ist die immer wieder auftretende Problematik, wenn man die Sachen eingeklammert betrachtet. Wenn ich sie eingeklammert betrachte, dann stehen da nur Dummies. Da könnte ich genauso auch je I oder A, B oder X, Y herschreiben. Das bedeutet nur, da hinten stehen sie alle einzeln. Da steht A unten quer 1,1, da steht A oben quer 1,2, A oben quer 2,1 und A oben quer 2,2. Sehen Sie? Ob ich da jetzt I je oder je, ich schreibe, ist da völlig egal. Weil hier ist es nicht egal. Weil hier wird durch das Wählen dieser Indizes die Summation zum Ausdruck gebracht. War das vielleicht das Problem? Also schauen Sie sich das in aller Ruhe noch einmal durch. Manchmal muss ich das auch ein bisschen setzen. So wie beim Klavierspielen. Eine Zeit lang übt man, dann geht gar nichts und am nächsten Tag, siehe da, auf einmal geht es dann. Also es muss sich auch setzen. Das ist ein bisschen was, was man auch üben muss. Daher mache ich ja mit Ihnen dieses einfache Beispiel, dass Sie sehen, wie das funktioniert. Okay? Sind die Sachen damit, wer hat denn da herüben gefragt? Ist das für Sie jetzt verständlich, was ich Ihnen da gesagt habe? Das war, sehen Sie, das hat er besser gewusst, was Sie meinen, als ich es verstanden habe. Okay. Hauptsache es ist sie. Okay. Viribus Unitis mit den vereinten Kräften ans Ziel. Also dasselbe wollen wir uns jetzt nicht nochmal antun. Geht auch für das SI-Quer. Das SI-Quer hat dann die Komponenten 2 und 0. Das wäre gleich eine schöne kleine Übungsaufgabe für Sie, wenn Sie einmal 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit haben und rechnet sich diesen ganzen Schimmel noch einmal durch für das S. Verwenden wieder diese Transformationsmatrix, schreiben sich das da oben in gleicher Weise für S auf, setzen dann diese SI von dort oben ein, multiplizieren das aus und kommen auf das. Aber Sie sehen auch sofort, dass es passen muss, weil die Verschiebung ist natürlich jetzt, der Verschiebungsvektor war doch zweimal diese Diagonale, so wie ich es dort oben auch eingezeichnet habe, der liegt doch so, der Verschiebungsvektor. Das ist 2G1, also 2G1-Quer plus 0 G2-Quer. Daher hat der hier die Komponenten 2 und 0. Und jetzt kommt da auch schön heraus, dass man dem Verschiebungsvektor sofort ansieht, dass es ein richtiger Verschiebungsvektor ist, weil er wirklich in der schiefen Ebene ist, weil nämlich in dem Basisvektorsystem da jetzt 0 steht. In dem die zweite Komponente 0 ist, war er in der schiefen Ebene drin. Sehen Sie, das kommt so heraus. Also ganz, ganz einfach. Naja, und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Schauen Sie, wir haben da jetzt die Transformation durchgeführt. Das heißt, wir haben jetzt einerseits die transformierten Komponenten von Kraft- und Verschiebungsvektor und andererseits hatten wir schon von hier den transformierten Metrik-Tensor. Aufbauend auf diesen transformierten Basisvektoren durch Skalarprodukte, da haben wir dort diese Nebenrechnungen gemacht, wenn Sie sich erinnern. Also wir haben jetzt alles, um uns auch jetzt wieder für diese Situation die Arbeit auszurechnen. Wieder die Arbeit A. Da haben wir A ist K mal S. Das bleibt. A ist gleich K-Pfeil, Skalar mit S-Pfeil. Das ist alles sehr einfach. Sehr vereinfacht, das Beispiel. Aber die Rechnung ist schon präzis. Also K mal S. Nun, jetzt müssen wir da wieder, so wie da oben, das mit dem G-I-J-K-I-S-J schreiben. Nur machen wir jetzt G-I-J-Q-E-R. K-I-Q-E-R. S-J-Q-E-R. Und siehe da, wir haben ja alles. Die G-I-J-Q-E-R stehen da unten. Und die K-I-Q-E-R und die S-I-Q-E-R mit I oben stehen da. Das heißt, wir können das sofort ausrechnen. Aber Gott sei Dank, wir haben es so gemacht, dass die beiden roten Basisvektoren wieder senkrecht aufeinander stehen. Daher sind diese Nicht-Diagonalen wieder alle Null. Das macht die Rechnung leichter. Weil wieder bleiben jetzt nur die mit gleichem I und J. Also G1-1-Q-E-R G2-2-Q-E-R. Also von der ganzen Doppelsumme da bleibt nur der Term G1-1-Q-E-R mal K1-Q-E-R S1-Q-E-R plus G2-2-Q-E-R K2-E-R S2-E-R Na ja, und das machen wir jetzt. Richtig spannend, was da jetzt rauskommt. Also G1-1-Q-E-R S2-Q-E-R Das ist Minus 1 mal S2-Q-E-R und das ist jetzt Null. Weil wir haben so verschoben, dass die zweite Komponente ja Null sein muss. Sonst wären wir ja nicht in der schiefen Ebene geblieben. Und was bleibt? 2 mal 2 ist 4, mal Minus 1 ist Minus 4. Tada! Das ist, was wir da oben auch haben. Es kommt wieder Minus 4 heraus. Also die Arbeit muss daher eine invariante Größe sein. Und das entspricht ja dem auch, was wir dann ja schon mit dem genau, wo wir runterziehen, besprochen haben. Das ist jetzt, geht über das normale Beispiel jetzt hinaus. Wir haben ja gesagt, A ist gleich, in beiden Fällen geschrieben, K-Pfeil mal S-Pfeil. und das ist also G-I-J K-I-S-J und das lässt sich, zum Beispiel das jetzt mit dem G-I-J runterziehen. Jetzt schreiben wir es K unten J, S oben J und dem sehen Sie sofort an, dass das Invariant sein muss. Weil das transformiert sich Kovariant mit der oberen Matrix, das transformiert sich Kontravariant mit der unteren Matrix und die zwar sind invers, daher muss das Produkt auch wieder konstant sein. Also das kommt alles automatisch heraus, gewissermaßen. Und das ist natürlich sehr erfahrlich. Also Sie sehen, glaube ich, an diesem Beispiel, dass das also dann dem entspricht, was man eigentlich physikalisch auch erwarten muss und verlangt von einer solchen Größe. Deswegen sind ja diese Größen in der Physik so oft in Verwendung. Und deswegen gibt man ihnen jetzt auch einen eigenen Namen. Und das führt uns jetzt in das Kapitel 8, das ich also jetzt sozusagen einmal einläuten möchte, um es also dann nächste Woche entsprechend ausführlicher... Ja, was ist denn da heute? 8? Was ist das für eine Kreide? Und das nenne ich einfach Tensoren. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt sind wir da. Das ist doch schön. Und was ich jetzt, nachdem Sie das alles über sich ergehen lassen haben, und ich freue mich, dass Sie trotzdem noch da sind. Also, wenn, nachdem Sie das alles jetzt so mitgemacht haben, dann ist es jetzt ein leichtes. Wir definieren uns, und das ist wieder nicht mit der Akkuratesse eines Mathematikers, sondern mit der Lässigkeit eines Physikers, der sich vor allem des Potenzials für die Anwendung bewusst ist. Einen Tenser erster Stufe. Ganz einfach. Indem wir sagen, wenn eine Größe vorliegt, die durch Co- und Kontravariante Komponenten bestimmt ist, da denkt man natürlich in erster Linie an einen Vektor. Das geht aber auch allgemein. Und falls gilt... Achso, das kann ich ja nicht mehr verstehen. Falls gilt für eine indizierte Größe, dass das A oben, I quer gleich ist, und dann haben wir dieses A oben quer, I, J, A, J, beziehungsweise A unten, I quer, gleich A unten, I, J, A, A, J, Falls das gilt, dann, das will ich da jetzt nicht mehr herschreiben, dann liegt ein Tensor erster Stufe vor, das wird im Normalfall ein Vektor sein, wobei die A unten I und die A oben I seine Q beziehungsweise Kontravariantenkomponenten sind. Also wir machen es jetzt wieder einmal so, dass wir den Spieß umkehren. Jetzt haben wir uns mühsam das erarbeitet, dass eben diese Größe konstant ist bei Transformationen und jetzt gehen wir umgekehrt vor und sagen, wann auch immer man eine indizierte Größe hat, die sich so transformiert bei Transformationen der Basisvektoren, dann spricht man von einem Tensor, wobei die A unten I und A oben I die Q beziehungsweise Kontravariantenkomponenten sind und in einer etwas lockereren Sprechweise sagt man auch, das ist ein Kovarianter Tensor und das ist ein Kontravarianter Tensor erster Stufe oder auch ein Kovarianter Vektor und ein Kontravarianter Vektor. Aber das ist natürlich nicht wirklich sehr sinnvoll, weil der Vektor ist immer dasselbe. Er hat nur Kovariante oder Kontravariante Komponenten, wie wir das jetzt schon zur Genüge besprochen hatten. Das fasst jetzt nur das, was wir bisher hatten zusammen und damit haben wir jetzt hier erstmals den Tensor richtig definiert über sein Transformationsverhalten. Und jetzt lässt sich diese Definition verallgemeinern. Jetzt lässt sich die auch auf mehr als einen Index verallgemeinern. Das machen wir sofort am Anfang der nächsten Stunde. Dann haben wir eine zweifach indizierte Größe und da kommen wir auf einen Tensor zweiter Stufe, der dann auch ein entsprechendes Transformationsverhalten hat. Und da werden Sie dann sehen, das Musterbeispiel dafür, wo wir es jetzt einmal festmachen können, ist genau der Metriktensor, der wie Sie ja schon gesehen haben, ein Transformationsverhalten hat. Schauen Sie hin, dort oben ist das GIE ohne Strich gleich 1001, da ist das GIE mit dem Querstrich gleich 2002. Sie haben hier eine Transformation dieses Tensors zweiter Stufe und damit fügt sich das in diesen 1 zusammen. Die Komponenten eines Vektors bilden einen Tensor erster Stufe. Der Metriktensor ist ein Tensor zweiter Stufe. Wenn Sie das gut ins Hirnkastel hineingebracht haben, da haben Sie die Grundbegriffe der Tensorrechnung gut verstanden. Nächste Woche geht es weiter. Auf Wiedersehen. Wenn man diese Beziehung anschaut, dass ein bestimmter Vektor a, irgendein in der Physik wichtiger Vektor halt, so dargestellt werden kann, als Multiplikation von diesen Kontravarianten-Komponenten mit der Kovarianten-Vektor-Basis. Das weiß ich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.